Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem kleinen süßen Golfspiel Wir sind hier gerade dabei Alter Jetzt langst mir aber hier mal Kannst mir ja mal Stuhlweise So, wir sind hier gerade dabei Wie ich es ja irgendwie prophezeit Wahrscheinlich jeder von euch auch Oh, schöner Move Oh, der Werft-Move Wir müssen den Werft-Move machen, der ist geil Wir sind hier gerade dabei Aus dem Hauptquartier der Omi-Allianz Zu fliehen und gleichzeitig Hier den Anführer Den fünften Vorsitzenden Daigo Senior Zu retten Denn dieser wurde Denn es gab hier einen Putsch und sein Sohn Goda Daigo Äh, nicht Goda Daigo, Entschuldigung Daigo Senior und ich meine natürlich Daigo Junior Äh, hat hier nämlich versucht hier Die Macht zu übernehmen Und hat es auch ziemlich erfolgreich geschafft Alle Kommandanten waren hier versammelt Und, äh, er hat hier seinen Vater In Gefahr, äh, in Gefangenschaft genommen Daigo kämpft gerade gegen Den Drachen von Kansai Und ich habe mal das Gefühl, das Gefühl, dass wir War das Ah, scheiße Ich habe das Gefühl, das war das letzte Mal, dass wir Daigo getroffen haben Aber, nun gut Jetzt heißt es zumindest Auf zur Rettung Hast du schon有 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh whoa Alter, Kiryu, du bist so krass. Spürt die Macht der Natur. Die Macht der Natur zugeschlagen. Alter, Kiryu hat noch niemand getötet. Wir haben es gerade gesehen. Alter, Wolder, Mann. Alter, Wolder, der war ja gar nicht brutal. Alter, der nervt mich. Ich muss schon wieder euch die Macht der Natur spülen lassen. So, aus der Bahn hier, Piss-Nelken. Also, da ist noch einer. Jetzt hätte ich noch gerne Waffe. Geile Fight. Da, hier, hast du. Gleich noch mal einen. Glaubst du, das stirbt mich? Ich kann das die ganze Nacht machen. Ich hätte gerne mal die Hand gehabt. Also, Leute, was man hier in dem Spiel das Waffen hat. Und, oh, darf man nicht vergessen. Oh, Taf. Ey, da hast du das Spiel jetzt schon Tafen ist. Si, 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 si. Gib mal. Äh, si, si. Das ist schon. Der war schäfernd. Ist eigentlich schon das Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt, Mann. Komm. Aus der Bahn, Dicke, Mann. Ihr habt keine Zeit, Mann. Die Typen langweilen ja, Mann. Weil, wenn wir irgendwann mal einen Heat-Move haben, wo wir die einfach ausnochen können, wird es natürlich leichter. Aber egal. Ja, gut. Spürst du das wieder? Ihr macht der Natur. So, und jetzt raus. Wenn ihr drei seid jetzt der letzte Schutz und die... Oh, Leute. Ich bin ja echt hier enttäuscht, Mann. Sick. Nishimoto, Mann. Das müsste ich halt treffen. Woaam! Ja, gut. Das ist ja gut. Woaas. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, nicht nur der Mann. Der Mann, der Mann, ist nicht nur der Mann. Der Mann, du gehst den Gorda und den Gorda. Ich bin der Gorda. Ich bin der Gorda. Der Herr, die zäbchen und die Zäbchen verabschiedet war, ist es zu einer Interaktion. Du kannst nicht mehr hier sterben. Aber das ist es so, was du! Das ist das, was ich. Ich weiß nicht, dass du, was du mit mir verletzt, was du? Ich werde dich endlich wieder in den Zäbchen. Der Herr, der Herr, der Zäbchen verabschiedet wird, in der Zäbchen. Ich werde dich in den Zäbchen nicht schädchen. Rujigura, Omiya-Lein, 2nd Partwerk of the Girl Ryu Clan. Ah! Nee, soll ich besiegen oder was? Ähm... Okay. Alter! Mach's halt ganz dumm. Alter, ist ein Dragon Punch oder was, Mann? Alter! Packst mich ja einfach, Mann, das geht ja gar nicht. Zum Glück hatten seine Schläge so eine Mini-Reichweite. Äh, ich hab noch ein Messer, oder? Oh Gott, oh, stirbt, Mann, Junge! So, sehr schön. Wir müssen uns unbedingt einen Waffen kaufen, Mann. So, die hebe ich mir aber definitiv dafür auf. So, Waffen weggesteckt, okay. Der haut einfach mal durch meine Abwehr, Mann. Naja, immerhin gibt es diese Blüten... Okay, ich nehme alles zurück, Mann. Alter, das ist... Hat nicht ganz gelogen, dass er ein Tank ist, Mann. Aber wir sind noch... Gerade... Sag ich mal, sind wir so halbwegs gleich auf. Genau, das hab ich gemeint! Genau, das gibt keine so scheiß Kiwami Special Moose mehr. Alter! Da, Kido! Messer in die Därme. Genau. Es nervt immer so... Ja, komm, ich seh, dass er Bluten am Boden liegt. Aber, Alter, schau dich mal an, wie der wieder aufsteht. Zwei Sekunden. Alter, was ist denn mit einem Ragdoll hier los, Mann? Bin ich im Punching Ball, oder was, Mann? Nein, 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 nein! Ich wusste, dass er mich wieder schmeißt. Alter! Ich weiß gar nicht, wie der ausweigen soll. Inventory. Hallo. 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 Warum, Nix? ich fühle mich wie ein harter punching ball man das ist echt ein monster alter ist so kacke man meine schritte zum ausweichen diese haben so eine reichweite waren von fünf zentimeter mann kommt der messer aus so ok nach wie viel messer stichen seid ihr tot gut ungefähr nach zehn und ich werde aber durch die gegen schleudert man ich sollte vielleicht nehmen weil sonst sterbe jetzt nein es gibt mir nur hier alle ich schaue es nicht so das macht wieder sein rasch den weich jetzt aus alter das ist so unfür mann ich kann mich dagegen gar nicht wehren mann ja guter meister mit der camp taktik mann und rumlaufen ich schaue ich mal wie kirio ausweicht mann wo ist mein drache von dojima mann voll geiles kämpfen so gell das ist richtig drachenhaft mann das ist richtig drachen Das war's für heute. Ich bin ein guter Moment, aber ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst, dass ich die Schreie nicht mehr schluss. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es noch nicht gewusst. Die Klingel sind hier in der Klingel. Da sind sie alle von Klingel-Klingel-Klingel. Okay. Das war's für heute. Das war Klingel-Klingel-Klingel-Klingel. Das ist der Klingel-Klingel-Klingel. Ich werde diese Klingel-Klingel-Klingel-Klingel-Klingel-Klingel-Klingel-Klingel geholfen. Tja, und dann Nein im Gefängnis. Ach Leute, ja, wir haben es ja fast schon vergessen, äh, vermisst. Ja, ein bisschen enttäuscht, man. Ich dachte jetzt ehrlich, man, es ist jetzt ein bisschen unklimatisch, man. Wir haben ihn jetzt, besiegt man jetzt, ja, es ist irgendwie die Spannung raus. Ich meine, der Typ hat schon was drauf, die haben wir nur mit Campen am Ende besiegt, aber das ist ein bisschen enttäuscht. Egal, schauen wir, wie es weitergeht, denn wir sehen uns nun in Chapter 4, The 4 Kings of Omi. Oh, das war's. Oh, das ist es, aber Sie sind ein Date-Keyj. Ah, das ist doch so. Ja, das war so. Ich bin ein Fan von Date-Keyj. Fan? Was ist das? Ja, ich bin ein Fan von Date-Keyj. Ich bin ein Fan von Date-Keyj. Oh? Ich bin ein Fan von Date-Keyj. Pot, nicht ein Fan von Date-Keyj. Ich bin ein Fan von Date-Keyj. Ich bin ein Fan von Date-Keyj, der Unternehmen nachzusehen, Wenn ich mich für einen Falle, dann möchte ich mich für einen Aufmerksamkeit für die Arbeit für die Arbeit. Na? Oni Gawar. Sie sind hier so? Ich weiß nicht, oder? Ich bin jetzt der Kauan-Mann. Ich habe mich nur die Kauan-Mann ausgeführt. Das ist ein Kauan-Mann. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht, dass ich mich nicht so gut sagen. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Du bist so, genau. Du bist an einem Traumschweren. Du hast sie so krank, was er. Das ist ja, aber das ist nichts zu beten. Du bist nicht mit dem Bezug auf dich. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist zu, oder? Du hast mich gegründet, nicht wahr? Die beiden ist es. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.